Der Mythos vom Alphatier. Vielleicht habt ihr schon den Ratschlag bekommen, dass ihr das Alphatier sein müsst, wenn ihr euch einen Welpen zu euch holt, denn ein Hund lebt im Prinzip wie in einem Rudel mit euch und dort gibt es immer ein Alphatier und wenn ihr dieses nicht seid, dann habt ihr wahnsinnige Probleme und deswegen muss man die klare Position im Rudel etablieren. Wie ihr schon merkt bei meiner Ausdrucksweise, stimmt das so in dieser Form nicht und nachdem aber dieser Spruch so weit verbreitet in der Hundewelt ist, möchte ich euch in diesem Video zeigen, was es auf sich hat, warum so viele Leute an diesen Mythos noch immer glauben und wie die soziale Struktur zwischen euch und eurem Hund viel besser zu erklären ist. Also wenn ihr das lernen wollt, dann bleibt jetzt dran. Willkommen beim Mehrteiler zum Thema Mythen in der Hundeerziehung und diese Woche geht es um den Mythos, den bekanntesten in der Hundeerziehung, der sich leider immer noch hartnäckig hält, nämlich um das Thema Alphatier und Dominanz. Vermutlich wird der ein oder andere von euch schon gehört haben, ihr müsst das Alphatier sein und gerade wenn ihr vielleicht Welpenbesitzer seid oder Ersthundebesitzer, kann natürlich dieser Spruch ganz schnell verunsichern und das kann dazu führen, dass ihr glaubt, ihr müsst ganz besonders hart mit eurem Hund umgehen. Wir werden jetzt besprechen, warum das überhaupt nicht stimmt, wie dieser Mythos überhaupt entstanden ist und wie ihr viel besser mit eurem Hund umgeht. Zuallererst ist es mal wichtig, dass ihr versteht, warum es diesen Mythos überhaupt gibt, denn vor 100 Jahren hat noch niemand darüber gesprochen, dass wir ein Rudel sind oder dass wir einen Rang untereinander haben oder dass wir Alpha-Führer untereinander sein müssen. Der Grund, warum dieser Mythos so bekannt ist, ist, weil in den 60er Jahren ein bekannter Wolfsforscher ein Buch veröffentlicht hat, nämlich das ist der David Meech und der hat das Buch The Wolf veröffentlicht. Das wurde leider ein Bestseller, denn, was ich sage deswegen leider, David Meech hatte in den 60er Jahren Wölfe erforscht, nur leider konnte er Wölfe nicht in der Natur beobachten, weil es einfach zu dieser Zeit viel zu wenig freilebende Wolfsrudel gab und es gab einfach noch nicht die technischen Hilfsmittel dazu. Und was er machte, er hat sich Wölfe in der Gefangenschaft angesehen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, in den 60er Jahren, wenn Wölfe dort in Gefangenschaft gehalten wurden, wie die miteinander umgegangen sind. Das waren wilde Tiere in engen Gehegen, ohne die gemeinsame Jagd, in vollkommen unnatürlichen Konstellationen. Und was dort festgestellt wurde, war, dass Wölfe sehr brutal miteinander umgehen und nur der, der ganz besonders hart ist und sich durchsetzen konnte, eben da eine gute Position erringen konnte. Und aufgrund dieser Beobachtung hat er ein Buch geschrieben und das wurde leider ein Bestseller. Und das hat dazu geführt, dass man glaubte, unter Wölfen gibt es einen Rudelführer, der die anderen unterdrückt und der für diese Führungsposition kämpfen musste. Ja, ihr könnt schon sehen, das Ganze ist in den 60er Jahren entstanden und David Meech, übrigens ein ziemlich cooler Typ, hat nicht aufgehört zu forschen, sondern der hat angefangen, Wölfe in weiterer Folge in der Natur zu beobachten. Und 20 Jahre später musste er erkennen, dass das, was er in den 60er Jahren geschrieben hat und auch bekannt dafür wurde, so einfach nicht stimmt. Denn in der Natur konnte man beobachten, dass Wolfsrudel überhaupt keine brutalen Genossen sind, sondern dass natürliche Wolfsrudel in der Regel aus den zwei Elterntieren bestehen und aus den Nachkommen. Nachkommen. Das heißt, die Nachkommen kämpfen nicht um irgendeine Führungsposition mit den Elterntieren, denn das würde überhaupt keinen Sinn machen. Denn wenn sie sich fortpflanzen wollten, müssten sie sich dann mit der Mutter fortpflanzen oder dem Vater und das wäre Inzucht. Und das würde in dem Sinn keinen Sinn machen. Ganz im Gegenteil, die Elterntiere kümmern sich recht liebevoll um den Nachwuchs. Und wenn die Wölfe alt genug sind, verlassen sie schlichtwegs das Rudel. Das heißt, man konnte hier nicht diese Rudelkämpfe feststellen, wie sie in den unnatürlichen Gegebenheiten im Zoo festgestellt wurden. David Meach heute kämpft dafür, dass diese neuen Erkenntnisse bekannter werden. Und falls euch das genauer interessiert, dann schaut euch gerne dazu das verlinkte Video unten an. Denn dort habe ich ein Video von David Meach in einem Interview über das Thema Dominanz zwischen Wölfen und Hunden verlinkt. Da wird er nochmal genauer aus seiner Sicht, aus seiner Expertensicht erklären, warum das so nicht stimmt. Also, wie ihr seht, stimmt das unter Wölfen nicht. Und wenn das unter Wölfen nicht stimmt, kann man das natürlich so nicht auf Hunde übertragen und schon gar nicht einfach so auf uns Menschen mit unserem Hund. Übrigens auch unter Hunden hat mittlerweile Forschung stattgefunden. Und wenn wir wilde Straßenhunde beobachten, sehen wir eine ganz andere Konstellation als die unter Wölfen. Hunde sind viel flexibler und gerade untereinander mit Hunden bilden sie keine fixen Rudel. Und das ist essentiell wichtig zu verstehen. Wenn man sich Straßenhunde ansieht, und das sind sozusagen die natürlichsten Hunde, die wir beobachten können, dann sehen wir, dass es dort nicht einen Anführer gibt, dem den ganzen Tag die anderen Hunde nachlaufen, sondern sie sind vielmehr Opportunisten. Und je nach Futterressourcen oder Futterverfügbarkeit sind sie zum Teil einzeln unterwegs oder mal zu zweit. Aber sie haben sicherlich nicht eine Führungsperson, der sie den ganzen Tag nachlaufen. Ja, und zu guter Letzt muss man sagen, so wenig wie das Konzept des Wolfsrudels auf Hunde übertragbar ist, ist das Zusammenleben von Hunden zu vergleichen mit dem Leben von Mensch und Hund zusammen. Denn hier muss man ganz klar sagen, das, was wir von Hunden verlangen, und so wie wir zusammenleben, so tun das Hunde einfach untereinander nicht. Kein Hund würde zum anderen Hund sagen, komm her, setz dich hin und geh mit mir an der Leine. Kein Hund würde zum anderen sagen, jetzt geh nicht jagen, bleib bei mir, sondern ein anderer Hund würde vielmehr sagen, toll, dass du ein Reh entdeckt hast, da rennen wir jetzt gemeinsam hin. Was natürlich nicht heißt, dass wir das nicht alles unserem Hunden beibringen sollten und natürlich können. Also die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist nochmal eine ganz eigene. Und das, was wir von unseren Hunden verlangen, hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Was wir jedoch sehen, ist, dass Hunde wesentlich kooperativer mit uns Menschen sind, als mit Artgenossen und gerne mit uns zusammenarbeiten. Und das können wir nutzen. Das heißt, im Laufe der Evolution hat es sich vermutlich für den Hund einfach gelohnt, mit uns zusammenzuarbeiten, denn dann hat er wahrscheinlich mehr Futter von uns bekommen oder wurde mit auf die Jagd genommen. Und das hat so einen ganz eigenen Verhalten zu uns Menschen geführt. Und das können wir im Training ausnutzen. Das heißt, wir müssen nicht Rudelführer spielen und glauben, wir müssen unseren Hund dominieren, sondern vielmehr haben wir hier ein Tier, das gerne mit uns zusammenarbeitet, das von unseren Ressourcen abhängig ist. Und das können wir im Training nutzen. Also zeigt eurem Hund, welches Verhalten ihr haben wollt und belohnt ihn dementsprechend dafür. Und zeigt ihm so, welche Verhaltensweisen bei uns in der Menschenwelt erwünscht sind. Denkt bitte stets daran, dass nichts von dem, was für uns selbstverständlich ist, für den Hund selbstverständlich wäre. Also es ist vollkommen normal, dass wenn ein Welpe in eure Welt kommt, erst mal in den Teppich beißt, in die Möbel beißt, erst mal den Garten umbuddelt etc. Und in der Natur würde das keinen anderen Hund stören. Und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht daran arbeiten sollten. Aber bitte helft eurem Hund in dieser menschenlichen Welt zurecht zu kommen. Und dafür sind alte Dominanzmythen und Alpha-Sprüche keine Hilfe. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in die Verhaltensforschung von Hunden geben und euch zeigen, dass der alte Mythos vom Rudel, bei dem man einen Rang erklimmen muss, einfach kein geeignetes Modell mehr ist, um die Hund-Mensch-Beziehung zu erklären. Falls euch das Thema näher interessiert, werde ich euch unten noch ein paar Bücher verlinken, sodass für die Nerds unter euch ihr das nochmal nachlesen könnt. In jedem Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Eingewöhnung eures Welpen und ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Probleme. Ansonsten gibt es ja hier den Welpen-Kanal, bei dem ich euch jede Menge Tipps gebe. Und wie immer wünsche ich euch zu guter Letzt ganz viel Spaß beim Training mit eurem Welpen.